Tiger 1200, das neue Reisenduro-Flaggschiff von Triumph und von der GT Pro waren wir nicht wirklich begeistert. Aber es gibt Hoffnung und dieser nun erste wirklich umfangreiche Test der Tiger 1200 Rallye Pro lässt die Hoffnung wieder aufleben. Schon bei der 900er Variante hat uns die Rallye Version besser gefallen. Wird es auf der großen Plattform genauso sein? Bleibt's dran! Ja, nein, wir wollen ja! Ja, nein, wir wollen ja! Ja, nein! Bis zum nächsten Mal. 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 So, jetzt. Du hast gesagt, manche Sachen sind gleich noch, manche sind besser geworden. Fangen wir vielleicht einmal so an, dass wir sagen, was hat sie mehr vielleicht als die GT Pro, gerade Fahrmodi zum Beispiel, wenn wir bei Elektronik sind. Ja, also mehr Ausstattung hinsichtlich Offroad, weil das ist ja auch die Offroad-tauglichere Variante, eigentlich die Offroad-tauglichste, die Triumph im Programm hat. Wir haben zwei Offroad-Fahrmodi, der andere hat auch einen Offroad-Fahrmodus, aber hier haben wir den Offroad-Pro-Modus. Der ist mir eben erlaubt, ABS komplett abzuschalten. Der ist mir erlaubt, die Traktionskontrolle frei zu regeln. Also quasi ein eigener Offroad-Rider-Modus, der eben ein bisschen mehr die Elektronik zurücknimmt. Und für uns, glaube ich, ein Vorteil ist auch die höhere Sitzhöhe. Also ich fühle mich auf der noch wohler. Wir können sie in der niedrigen Position fahren und das passt super. Wir können sie auch in der hohen Position fahren. Das ist mir dann beim Dynamischfahren fast noch ein bisschen lieber. Aber dann wird sie verdammt hoch. Wir haben eine Sitzhöhe von 895 mm in der hohen Position. Plus so ganz mega schmal ist sie nicht. Also das ist dann echt so, dass selbst ich mit relativ langen Haxen und 1,87 nur noch mit den Zehenspitzen gleichzeitig runterkomme oder halt mit einem voll und mit der anderen mit den Spitzen. Also es ist dann schon wirklich was für große Leute und schließt vielleicht auch kleinere Leute aus. Also es sollen hoppala passiert sein, wo vielleicht der ein oder andere Haxen zu kurz war. Insofern für kleine Personen wirklich jetzt hier auch gleich meine Empfehlung zur 19-Zoll-Variante greifen. Bei der GT Pro haben wir die Probleme echt nicht gehabt. Die ist wirklich sehr schön niedrig und das schließt hier ein paar Leute aus. Ist aber sozusagen aus fahrdynamischer Sicht und ich glaube in Offroad-Sog ist auch unter längeren Federwege sicher die bessere Wahl für Leute, die das interessiert. Genau das war ja bei uns so, wir sind vielleicht auch damit die Leute es einschätzen können auf unseren Reisen. Wir versuchen immer unsere Routen so zu wählen, dass wir einen realistischen Einsatzbereich haben. Das heißt ein bisschen Autobahn. Wir hatten zuerst eine Autobahn Anfahrt. S6 bei uns. Dann ging es mal auf ein bisschen breiteren Straßen, mal ein bisschen engeren, runter nach Kärnten und dann hatten wir auch teilweise etwas monotonere Fahrten durch sehr viele Ortsgebiete. Das Tal der Tränen haben wir jetzt getauft. Die sehr eintönige Fahrt nach Meran. Und das soll alles so ein bisschen einen realistischen Einsatz simulieren. Wenn wir aber, dann fahren sie mir doch auch mal recht flott unterwegs. Also ich glaube, um es einzugliedern, würde ich sagen, sportliches Reisen könnte man das nennen. Und da war es dann eben so, bei diesem sportlichen Reisen mit der GT Pro ist halt sehr schnell Ende Gelände gewesen. Gerade noch durch die eher komfortablere Fahrwerksabstimmung, wo sie dann wirklich auch in die Knie gegangen ist, wenn man sie mal mit mehr Druck in die Kurve gelegt hat. Und dann war man gleich mit dem Fußraster am Boden. Und das ist hier aber nicht so passiert. Wir haben auch immer ein semiaktives Schowa-Fahrwerk, aber eben mehr Federwege. Dadurch wird sie höher, hat mehr Platz einfach auch. Und ich habe schon noch das Gefühl, dass im Sportmodus, dass das ein bisschen knackiger vielleicht noch war. Und deswegen ist es mir hier eigentlich nicht oder kaum gelungen, dass ich da mir denke, jetzt stehe ich aber an. Das hat wirklich gut gepasst. Wie ging es dir damit? Eigentlich sehr ähnlich. Was gleich ist wie bei der GT Pro, ist ja diese herrliche Bremsanlage. Also Brembo Stylema 330er oder 320mm Doppelscheibe vorne. Das beißt echt brutal zu. Das elektronische Fahrwerk macht es aber gut. Also die extra Federwegführung beim Eintauchen nicht besonders stark. Und wie soll ich sagen, diese mehr Bodenfreiheit lässt jetzt diese Art an dynamischer Bewegungsart zu, die zu der Motorrad passt. Also die GT Pro hat da einfach ein Limit gesetzt zu früh. Und da sind wir jetzt echt genau schön ausgewogen. Insofern Rallye Pro trifft das wieder ein bisschen besser. Was bei der Dynamik natürlich auch stark geholfen hat, ist, dass wir den neuen Metzler Tour ins Next 2 aufgeschnallt haben. Ein 90-10er Reifen. Es ist jetzt doch Herbst. Wir machen sozusagen diese Saisonabschluss-Tour. Wir waren aber auch am Stillfrioch oben auf 2760 Meter. Da ist es natürlich schweinekalt. Derer kurze Aufwärmzeit, das hilft. Und Nässe haben wir auch schon mitgemacht. Also insofern ist das sicher einer der Reifen, der das dynamische Fahren auf jeden Fall unterstützt. Und auch da natürlich seinem Vorgänger, dem Tour ins Next, der normalerweise erst aus Rüstung auf der GT Pro ist, sicher weit überlegen ist. Das gesagt, vielleicht noch ein kurzes Stiefsel auch. Wie sollen wir überhaupt da hinkommen? Wir haben uns wieder einmal bei den Moho's umgeschaut und sind im Moho Paradies. Und der Name ist Programm, kann man sagen. Wirklich ein tiptop viersteiner Hotel im Winter. Das ist sicher auch toll zum Skifahren, weil es direkt am Fuße des Ortlers in Sulden liegt. Also aus dem Schwimmbad hat man den Panoramablick auf den Berg. Und das Essen ist ausgezeichnet wirklich. Also Moho Deluxe kann man sagen. Parkgarage auf das Motorrad sowieso. Und wenn man sich dann auf das Motorrad setzt, dauert es, weiß nicht, fünf Minuten, zehn Minuten oder so. Und man kommt schon auf das Stiefseljoch hin. Also es ist wirklich top gelegen. Und jetzt, wenn wir schon Stiefseljoch reden, darüber reden, das ist ja schon irgendwie, haben wir zumindest gesagt, der Endgegner der Pace jetzt mindestens, was Kehren angeht. Ich meine, auf YouTube muss man nur eingeben, da gibt es ja endlos die Fail-Compilations, weil das halt echt extrem eng ist, gleichzeitig stark befahren. Ein sehr, sehr beliebter Pass. Und da passiert es dann recht häufig Motorradfahrern, dass sie die Fahrlinie nicht richtig wählen. Es kommt ihnen gerade an der blödsten Stelle was entgegen. Und schon wird man zu langsam, kann das oft schwere Motorrad vielleicht nicht halten. Und schon liegt es. Es ist uns auch so gegangen. Teilweise kommst du runter die Kehre, da liegen links, rechts die Motorradl. Ist so. Also wirklich, innerhalb von fünf Minuten haben wir zwei Stürze in der gleichen Kurve gesehen. Und was halt auch arg ist, in der Früh gibt es Schwerverkehr da drauf, weil es halt doch eine Hauptverkehrsverbindung ist. Und die LKWs reversieren dann drei, vier Mal in so einer Kehre. Und wenn du dann dahinter bist und vielleicht nicht genau den richtigen Stand hast, passiert es echt dadurch, dass die Kehren auch ein bisschen eine Neigung haben, dass du plötzlich liegst. Uns ist es Gott sei Dank nicht passiert. Aber die Tiger macht es einem nicht leicht in diesen Kehren. Genau, wir waren ja eben mit vier Motorrädern unterwegs. Und zur Aufzählung, es gibt auch Videos zu denen und ein Konzeptvergleich zwischen ihnen. Also abonniert am besten jetzt den Kanal, damit ihr da auch nichts verpasst. Aber Suzuki GSX-S 1000 GT, Kawasaki Ninja H2 SX-SE, also zwei Sport-Tourer oder Hyper-Tourer sogar. Und die Honda NT1100, gemütliche Crossover oder Tourer, je nachdem wie man es nennen möchte. Und von diesen Vieren hatte ich auch das Gefühl, dass es mit der Tiger am anspruchsvollsten war, um dieses ganz engen Kern zu fahren. Nämlich erstens eben, wir haben sie gewogen, voll getankt, aber schon mit, also ohne Koffer natürlich, aber mit der Vorbereitung für die Koffer, der Kofferaufnahme. Und sie kommen auf 256 Kilogramm. Die liegen jetzt relativ hoch und eben noch dazu mit dem Dreizylinder-Motor, der zwar, sie haben sich, natürlich, er ist schon deutlich mehr in Richtung unteres Drehzahlband orientiert, quasi orientiert sich mehr am unteren Drehzahlband im Vergleich zur Speed Triple jetzt. Dennoch bleibt es schon ein Motor, finde ich, der den Moor hauptsächlich oben hat. Also wir haben die 150 PS haben wir bei 9.000 Umdrehungen, die 130 Newtonmeter bei 7.000 Umdrehungen. Untenrum braucht sie, sie braucht schon ein gutes Drehzahlniveau, würde ich sagen, auch deutlich höher, als bei manch anderer großer Reise-Enduro, damit man souverän und flott genug weiterkommt. Und das passiert dann auch, wenn man dann nicht zu 100% konzentriert ist, dass sie auch vielleicht mal abstirbt. Obwohl sogar, wenn man die Kupplung kommen lässt, wird schon von der Elektronik, wird das Drehzahlniveau automatisch erhöht. Aber das reicht dennoch manchmal nicht, gerade wenn es bergauf geht. Das heißt, man hat diese Masse, die relativ etwas kippelig auf diesen langen Beinen steht, muss sie eng in die Kehre drücken. Von der Sitzposition ist das ja gelingt super über diesen breiten Lenker. Aber wenn man dann eben nicht schon wirklich das Kupplungsspiel und diesen erhöhten Drehzahlbedarf im Gefühl hat, dann kann es eben wirklich nicht so leicht werden, dass man diese Fahrlinie sauber trifft, schön die enge Kehre zu Ende fährt, sondern da hatte ich auch selber das Gefühl, es ist mir Gott sei Dank nie passiert, dass sie da abgestorben wäre. Aber ich konnte wirklich gut nachvollziehen, dass wenn man vielleicht nicht der übertrieben versierte Pilot ist, gerade dieses enge Kehren fahren ist ja doch irgendwie was Eigenes. dass da Leute, dass das schon anspruchsvoll sein kann für Leute. Und ich sehe auch die Tiger, das ist so ein Motorrad von der Charakteristik her, die könnte sich öfter in so einer Fail-Compilation vom Stilfseil auch wiederfinden. Ja, wobei ich sagen muss, ich bin rauffahren hinter dir auf dem anderen Motorrad und tue es mir genau das über die Tiger berichtigen und dann einmal tauschen und ich wollte mir das anschauen und runter und fahre und denke mir, Gregor, sie sind jetzt lächerlich, es ist ureasy, passt super. Mega Einschlag, breiter Lenker, alle Voraussetzungen da. Ja, beim Runterfahren kann man natürlich einfach ohne Gas, Schiebebetrieb, die Hinterradbremse vielleicht mit der Kupplung sogar in den ganz engen Kehren. Und sobald ich da unten unten dritt habe und rauf, bei der ersten rechts, die ganz eng war, diese Kehre, habe ich gedacht, puh, jetzt kommt der Moment, wo der Affe ins Wasser springt. Also da war es wirklich eng und ich habe den Echtmann Fuß runtersteigen müssen, um einen Sturz zu verhindern. Und was du gesagt hast, stimmt, der Motor will sozusagen aus dem Drehzahlkeller gebeten werden. Also der ist nicht von unten gleich voll da, sondern braucht diese 3.000, 3.500 Touren. Da zieht er dann wirklich schön hoch und hat ein elastisches, sich aufbauendes Drehmoment, ein weit nutzbares Drehzahlband, das ist alles super schön. Aber diese ersten 3.000 Touren sind eben, und ich glaube, aufgrund zweier Sachen, zum einen der Kadern, der dieses ganz smooth einkuppeln schwerer macht und zum anderen der Hubzapfenversatz, den sie diesen 3-Zylinder verpasst haben, der in so ein bisschen eher Richtung V2 vom Klang her und vom Benehmen her trimmen soll, der macht diesen unrunden Motorlauf, der mir aber eigentlich gar nicht zusagt. Ich hätte am liebsten den Speed Triple 3-Zylinder, der so superseidig ist, von unten bis oben ohne Hubzapfenversatz und du musst ihn dann ein bisschen mehr drehen, okay, aber unten weiß ich dafür auch ganz genau, was er macht und hat nicht diese Eigenart. Aber so ist es eben und natürlich hat der Kader noch Vorteile, muss man sagen. Also Kette schmieren haben wir bei allen anderen müssen, bei der Triumph fährst Regen, Schnee, wurscht. Du fährst einfach mal ganz entspannt, brauchst nicht mühsam dich um die Kette und das entsprechende Ölen kümmern. Genau, alles hat seine Vor- und Nachteile und ich finde ja, es ist ja gerade jetzt hier so die Rallye Pro, wirklich ein souveränes Motorrad, eine typische Reisenduro, würde ich fast sagen, wie sie im Buch steht, von der Sitzposition her, wie sie sich auch bewegen lässt. Aber eben der Motorlauf ist eben nicht ganz optimal, aber auch eben nur, finde ich, bei den sehr niedrigen Geschwindigkeiten. Man hat auch relativ starke Lastwechsel unterhalb der 2.500, 2.300 bis 2.500 Umdrehungen darunter, ist egal wie sanft man das Gas sieht und gerade eben am Stiefsee auch habe ich mich dann damit gespielt, selbst wenn man es ganz sanft anlegt, es gibt einen Ruck. Deswegen habe ich dann oft die Kupplung mitverwendet, weil das sich dann einfach besser anfühlt, einfach souveräner anfühlt. Sobald man aber diesen ruppigen, diesen ein bisschen unrunden Anfangsbereich verlassen hat, finde ich, zieht er sauber hoch, ist aber, jetzt gerade wenn wir es vergleichen, es spielt ja doch in der Oberliga der Reisenduros mit, da, ich würde sagen, wie ich schon gesagt habe, die Reisenduro aus dem Bilderbuch, vom Windschutz her, der super funktioniert, Elektronik, State of the Art, die Federwege passt voll. Es ist ein guter Reisenduro, aber es fehlt dir meiner Meinung nach so ein bisschen der Wow-Faktor oder dieses Alleinstellungsmerkmal, was aber dann doch alle anderen Reisenduros dieser Oberklasse vorweisen können. Die Super Adventure hat den unfassbaren druckvollen 1290er Motor, die GS, die Drehmomentkeule von unten raus und diese Zugänglichkeit, die Multistrada, dieses extrem hochwertige Fahrwerk, das agile Fahrverhalten und der Motor, der oben raus explodiert. Und die Triumph, die Tigert 1200, kann alles, aber hat eben nicht so, wo man so ist, bissteppert, unglaublich, sondern sie funktioniert halt einfach und hat dann noch an manchen Stellen, sage ich mal, ein paar so Kinderkrankheiten. Es ist ja doch das erste Baujahr der neuen Tigert 1200. Deswegen hoffe ich einfach, dass sie gerade diesen Motorlauf noch ein bisschen verfeinern werden und dass sie dann ab nächstem Jahr oder ab dem nächsten Modelljahr, dass sie dann wirklich auch komplett sich entfalten kann. Gut, du hast es jetzt schon angesprochen, Reisetauglichkeit ist natürlich vorhanden. Es ist auch, finde ich, das beste Reisemotor von Triumph. 900er ist fast überall genauso gut, aber ihr geht halt die Kraft dann irgendwann aus zu zweit. Haben wir übrigens auch ein Video gemacht. Der Max und ich haben uns da die beiden im Vergleich angeschaut. Für wen das von Interesse ist, sehr gerne einfach eintippen und schauen. Wir haben hier aber trotzdem ein gutes, also wie gesagt, die beste Triumphreisenturo, finde ich, weil Zuladung passt einfach 222 Kilo. Wir haben hier die Adventure-Look Seitenkoffer. Da geht jetzt kein Helm rein oder so, aber wir haben für eine Woche gepackt. Das war super easy. Und was mir immer taugt, Top-Loader heißt, von oben zu bedienen. Du hast auch die Sachen rein. Wir haben jetzt auch Stativ drin gehabt und die Drohne und so weiter. Das ist einfach sehr angenehm und passt natürlich auch optisch zu dem Adventure-Look sehr gut. Ansonsten vielleicht noch Sozius. Überhaupt, Ergonomie haben wir schon gesagt. Für große Leute passt es gut. Mir ist auch mit dir hinten drauf irgendwie nichts abgegangen. Du warst da gut positioniert am Sozius. Und wie ist es mit dir hinten gegangen? Es funktioniert einfach so wie das ganze Motorrad. Ausreichend Platz, würde ich sagen. Nicht übertrieben viel. Und man hat aber auch Griffe schön zum Anhalten. Der Tank ist etwas weit weg. Also mit ein bisschen kürzeren Armen kommt man da schon schwerer hin. Das heißt, bei harten Bremsmonömen lastet das Gewicht vom Sozius schon eher am Fahrer. Nichtsdestotrotz haut hin. Gerade so mit den Koffern. Es gäbe ja auch noch ein Top-Kiss dazu. Also man kann absolut große und lange Touren auch zu zweit damit machen. Auch mit dem semi-energiven Fahrwerk, was man unterwegs die Vorspannung einfach verstellen kann. Auch sehr praktisch. Man hat eine Sitzheizung. Und gleich unter dem Sozius-Sitz aufpreispflichtig. Aber das ist leider nicht sehr mäßig dabei. Griffheizung ja, Sitzheizung nein. Das bieten dann erst die Explorer-Modelle. Also die ganz dicken Schiffe. Genau. Ja, auch hier so Totwinkel-Assistent hat man jetzt auch noch bei den Explorern. Aber ich habe das jetzt überhaupt nicht vermisst. Das Elektronik-Paket ist auch mehr als umfangreich genug, würde ich sagen. Tutto completo quasi. Das Display, habe ich mir nur gedacht, das können manche Motorrad besser. Sie haben auch mehr Informationen anzeigen können. Und auch halt, dass die Animation im Display so laggt. Das ist auch, aber das steht jetzt schon Jammern auf hohem Niveau. Und darüber sieht man dann relativ schnell hinweg. So, es fängt gerade an zum Regnen. Das ist halt so, September in den Alpen geht es wechselhaft dahin. Deswegen würde ich sagen, kommen wir zu einem Schluss, bevor wir hier waschelnass werden. Ah, Reichweite. Ganz wichtig beim Fahren. Beim Reisen haben wir nämlich selber nachgemessen. Wir haben hier einen 20-Liter-Tank. Und wir wissen selber noch nicht genau, wie viel wir jetzt verbraucht haben, weil wir einen Durchschnitt berechnen werden auf die ganze Reise. 5,1 Liter, glaube ich, ist Herwerksangabe, was wir jetzt gemessen haben, bei, wie gesagt, sportlichem Reisen. Aber noch in einem realistischen Ausmaß, würde ich sagen. Das blenden wir jetzt ein. Ja, kaum zu glauben. So viel hat die Tiger bei uns gebraucht. Ich glaube, sie verbraucht schon etwas mehr auch als die Konkurrenz jetzt, weil sie eben dieses gehobene Drehtsinn im Ort, wenn man die Multisada V4 außen vorlässt, natürlich. Ja, genau. Also, Pocky, jetzt nach einer Saison, jetzt mit der GT Pro, jetzt mit der Rallye Pro, circa, wie viel werden wir fahren am Ende der Tour? 1.600, 700 Kilometer, so was in die Richtung. So was, eine nette Abschlussfahrt der Saison. Was ist dein persönliches Fazit zur Tiger 1200? Also, die Rallye Pro für mich die beste Triumphreise in der Tour. Es ist draufsetzen und wohlfühlen genau für mich gemacht. Ich fühle mich da wohl drauf, auch weil ich eben andere Triumphs kenne. Das Bedienkonzept ist logisch, die Schalter sind hochwertig verarbeitet, das fühlt sich alles wertig an. Eins, ich habe es mit einem anderen Vergleich, wie ich mit der 900 schon gesagt habe, dass das Plastik ist und so ein bisschen scheppert, wenn man draufklopft, finde ich jetzt nicht so hochwertig, wie es der Klasse angemessen wäre. Aber davon abgesehen, dass es wirklich eine Kleinigkeit ist, ist das echt ein Motorrad, mit dem man lang glücklich sein kann und wirklich eine Empfehlung, draußen auch Probe zu fahren. Schaut, ob euch diese kleinen Macken stören, die wir gefunden haben. Schreibt es uns drunter, wenn wir plötzlich geredet haben. Wir freuen uns immer über Feedback. Ich bedanke mich bei unseren Kameraleuten, die euch diese Tiger so schön präsentieren, wie wir es nicht könnten und euch damit hoffentlich etwas zum Freuen und zum Begeistern geben. Ansonsten, jetzt wird es wirklich starke Regen. Ich beende mein Fazit. Ich sage danke für die Aufmerksamkeit. Lasst uns einen Daumen hoch da und bis bald. Führt euch. Und das ist wirklich starke Regen. Untertitelung des ZDF, 2020